der ist über mein solarpanel drüber gefahren das hat das ein bisschen hier zerkratzt widerlich dieser arschloch traktorfahrer hat hier mein solarpanel zerkratzt jetzt kommt da viel zu wenig energie durch also weniger als wie ich glaube dass er durchkommt und das ist richtig widerlich und bakterienhaft und ekelhaft ich brauche nur ein solarpanel der richtig funktioniert der richtig dampf hat und so weiter das ist richtig widerlich das ist ekelhaft das gehört so sich nicht das muss weg das ist scheiße